Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab Februar 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf Pempelfort. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 59 m² beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 1200 Euro pro Monat. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gerne zur Verfügung.